Allgemein gilt die Airline-Besetzplätze von vorne nach hinten. Je weiter hinten im Flieger, desto eher bekommt man keinen Sitznachbarn. Fliegt man zu zweit, am besten die Plätze am Fenster und Gang wählen. Dann ist die Chance am größten, dass der Platz in der Mitte auch während des Fluges leer bleibt. Vorne werden gerne Familien mit Kindern platziert. In der Langstrecke sind dort auch die Halterungen für Babybetten. Je weiter hinten, desto eher hat man seine Ruhe. Doch der entspannte Flug fängt schon vorher an. In der Airline-App nutzt Noella noch den Kofferscan. So kann sie schon mit dem Smartphone checken, ob ihr Handgepäck zu groß ist.